So, bin wieder da. Weiter geht's. Es gibt immer noch keine Map. Warte, jetzt hab ich wieder drei von diesen Zapps. Loote ich die oder wo krieg ich die her? Okay, wir sollen zum Schloss. Ich will mir das hier nochmal kurz angucken mit diesen... Das, was ich die ganze Zeit hier sammle. Summons an ethereal crush bow made of adore and shots a single bolt in a straight Charging speed presto, allegro, vivance, vivance. Kann leider kein italienisch. Summon an adore polearm imbued with the power of foot fatu and perform a powerful heavy attack. Summon an adore greatsword imbued. Imbued? Imbued? Ich weiß nicht. With the power of gratia and perform a powerful heavy attack. Hm. Ich hab halt noch nicht mal meine Spezialattacken überhaupt getestet. Ich kann tatsächlich, wenn ich das jetzt im Loadout drin, äh drei drin hab, oder wenn ich... Ich bin jetzt im Loadout drei und habe drei Sachen ausgewählt. Aber hier sind ja schon sechs markiert als in Benutzung. Das heißt, ich kann die auch nicht doppelt in die Loadouts packen, wie es scheint. Ich bleib einfach bei dem hier. Ich will das hier mitnehmen. Ich glaube, ich kann das in mehreren Loadouts haben. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ähm. Was war das hier? Aspect of Fortitude. Quellot vip uns aufeinander. Oh ja. Ähm. Was war nochmal... Diese Dinger hier. Fortitude, Health, Attack, and Defense. Ich will was mit Fortitude haben. Ähm. Es wird jetzt nichts großartig ändern an meinem Nicht-Können, aber... ... Der ist betrunken und trotzdem böse. What the fuck? Ich kann die tatsächlich jetzt... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich kann die tatsächlich manchmal slaggern. Indem ich um die herum ausweiche. Silberwasp, eine neue Waffe. Das ist einfach schön hier, aber die sind alle so böse. Das ist mein Problem. Ich hänge. Das ist einfach so böse. Das ist einfach so böse. Und wo? Das ist einfach so böse. Das ist einfach so böse. Receptacle of m'lady? Ich mag's, dass wir sogar in die Häuser gehen können. Oh no! Oh! Oh! Und jetzt? Das ist einfach so böse. Ich bin mal hier. Oh! 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 Ich glaube, wenn man seine Special Attacks nutzt, ist es schon ein bisschen besser. Oh, muss ich von oben runterfallen? Wartet mal. Muss ich da oben warten, bis das weggeht? Ah, hier Loot? Hab ich gerade Loot? Ja, da drüben auf dem Dach ist Loot. Was? 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 Wenn man es schafft, mal ein paar Gegner zu legen, macht es doch schon wieder mehr Spaß. Wer hätte es gedacht? Aber ich mag, dass du hier auch die Welt verändern kannst. So gewissermaßen. Ähm, um noch woanders hinzukommen und sowas alles. Nehm ich eigentlich zwei? Wie? Der leuchtet rot. Ist der besonders böse? Der leuchtet rot. Oh. Schmied getötet. Ah, jetzt bin ich hier dahinter. Aber da ist irgendwie der Gegner. Und hier kann ich wieder die Welt ändern. Welt retten. Oh. Hi. Angry. Hangover strike. Ja, oh. Da, ein Böser mit Riesenmorgenstern. Hier, wo gehen wir lang? Ehrlich gesagt würde ich ja gerne leveln, aber das bedeutet, die ganzen Gegner sind wieder da. Ich habe halt keine Heilung mehr. Und da sind vier Gegner auf einmal. Aber das ist nicht so gut. Aber der eine hier wird mich auch platt machen. Außer ich gehe ganz schnell hier hoch. Ja, der ist halt nicht dumm, ne? Der weiß, dass ich hier bin. Und da ist nicht so gut. Wuhu! Manausstawa! Unlangmal! Gekockt! Habt ihr das gehört? Hier ist, glaube ich, ein Hund. Ah, wir haben jetzt die Schlüssel bekommen. Ach, jetzt verstehe ich das! Wenn ich genügend Scherben davon habe, kriege ich die Maske. Ah, sorry, habe ich jetzt erst gedacht. Wie kann ich das einsetzen? A brass key that opens the door to the re-enowned Ostello di Atole in Quinta. Ich würde gerne leveln. Because you know, I have 3000. It's a trap? Perhaps. Hier ist, glaube ich, ein Tier ausgebüxt. Wow. Da ist ein Hebel. Ich glaube, das ist eingemauert, weil wir den Hebel nicht nutzen sollen. Weil Demo. Ammonia Amplifier. Naja. Anybody? Oh. A combat rift? Nein, nein, nein. Ich möchte kein combat rift öffnen. Certain areas are so enveloped in the Konovaccio that upon entering them, Damascus one will be temporarily unable to leave its confinement. In order to regain freedom, they must defeat all nearby enemies. Nein. Was ist mit meinen Memorias? Ich bin gefangen. Erst du! Ich kann mich nicht mehr heilen. Oh, ich habe es geschafft. Mit einem HP. Sag mal so. Ich will eigentlich leveln gehen, aber ich weiß nicht mehr, wie ich hier zurückkomme. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ah. Ich glaube, ist jetzt die Tür offen, aber wenn ich jetzt hier... Ja. Hey, ich muss... Ich habe ein HP. Okay. Ich muss dringendst mich hinsetzen. Mir ist ganz schwummerig. Wenn mich hier nur ein Typ mit einer Armbrust erwischt, war es das. Ich sterbe, wenn ich hier runterspringe. Ja, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Ich habe es geschafft. Ich setze mich kurz schnell hin, aber ich will auch mal mein Schwert jetzt verbessern. Ich level jetzt... Ich gebe nicht alle Punkte fürs Leveln aus. Also das hier. Upgrade. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017